hallo homies grüß euch jetzt möchte ich euch was zeigen und zwar was ich für ein geniales geiles technisches stück bei mir in der bude habe nämlich einen ghettoplaster den habe ich schon seit zwei jahren aber müsst euch einmal der kann thp plus der kann cd kann aus eingang usb und auch ausgang das bedeutet man kann das anders anschließen über die laussprüche mit der ton ebenfalls übergeben nur haben jetzt in dem modus dass nicht was ein stück hauptsinn auf teil mit einer datter kassette und durch die datter kassette kann die verschiedene über augs kabel des anschließen andere geräte ja und das gott da hinten der plus habe angeschlossen derzeit habe den ton weg weil wegen diese musikrechte von den bloggen firmen will nicht da wieder mal problem mit youtube kregen habe ich schon einmal gekriegt und ja so gut ich zeige euch mal den plass da und ja wie gesagt danach zeige ich euch in action wenn dann die nachrichten kommen um 21 uhr da ich habe den sender technikum war also let's show wenn die nachrichten kommen wie gesagt da seht ihr sie haben im einsatz dauert ein bisschen gut also tschau dabei jetzt können wir uns die nachrichten auf technikum waren da ist der plasser da seht ihr das ist mein getto plasser und die hintere stellenlage ist auch mit den verbunden pern einer datter kassette zu habe ich das der beratet dem radio dem radio setzen das ist ein super gerät ein guter plass da das ist mir wurscht christian lindenberg so wir saufen da die nachrichten da über dem plass da und auch in der hinteren stern ob die da hinten ist weil ich habe nämlich die verbunden mit einem auskabel da und über eine datter kassette habe das der beratet erhielt mit dem getto plass zu verbunden aber eigentlich deppert weil der kann selber der b plus und ich wollte das nächste umschalten genau aus dem grund und als beweis dass das wirklich jetzt ich bin der nur fünfmal eingebauten und beweis nicht hi homies yeah jetzt setz es mich da ja 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 j 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 Untertitelung des ZDF, 2020